Ganz ruhig machen diese Übung, gar nicht so schnell. Und die nächsten zwei. Diagonal in dem Feld reinlaufen, okay? Sehr gut beide. Außen bleiben, außen rum. In das Feld rein, diagonal. Nächsten zwei. Langsam ausführen den Übersteiger. Und die nächsten zwei. Gut so, nur mit dem Außenriss, jawohl. Auf das Hütchen gehen, Übersteiger, zack. Frühzeitig machen den Übersteiger, diagonal rein. Und los, die nächsten zwei. Aber da vorne machen wir nicht vorne, wenn du dran bist, okay? Gut so, Nico. Beide gut, die nächsten. Sauber, sauber trippeln, sauber trippeln. Ball hochnehmen. Super, sehr gut. Links, rechts, links, rechts. Super, jetzt noch nach vorne gehen. Guck mal, wie toll ihr das macht. Und die nächsten zwei. Besseres trippeln, nicht gegen die, die seid gegenkommen, Jonas. Konzentrieren. Ball hoch. So. Bis oben hin. Super, super. Super, super. Mit oben, mit oben. Nochmal, jawohl. Und dann diagonal, zwölf, den nächsten zwei. Aber was ist das? Sehr gut gemacht. Ja, guck mal, das geht schon viel, viel besser, aber ein zweites Mal. Und die nächsten zwei. Nur mit der Innenseite. Gut gemacht. Die nächsten zwei. Du könntest ihn schon. Du möchtest ja jetzt schon in der Bundesliga spielen. Und die nächsten zwei. Hab ihn hoch. Gut. Hab ihn hoch. Kade. Klasse gemacht. Ja, du bist super, Junge. Sehr gut. Und die nächsten zwei.